Hallöchen Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen... ...update... ...yeah... ...zu einem neuen Part von The Ledge of Zelda, Alex Awakening... Juhu... Das letzte Mal hab ich mich dumm angestellt... ...ist auch schon eine Weile her, sorry... ...au... ...ja... ...hab ich aus Versehen... ...ja, ist gut... ...ja... ...da hab ich aus Versehen... ...bin ich natürlich in ein Loch gesprungen... ...ich bin zu neugierig... ...weiter wissen, was passiert, wenn man in das Loch springt... ...weil ich wusste, man wird irgendwo auftauchen... ...woher soll man wissen, dass da... ...dann irgendwie nichts Besonderes ist... ...und dass man dann ganz unten haftet... ...moment, hier ist... ...heblich falsch... ...ja... ...also... ...wir waren ja schön auf dem... ...Bergchen... ...und... ...da gehen wir jetzt nochmal hin... ...ähm... ...mal schauen... ...ob wir diesmal... ...vorankommen... ...ich hab schon alles verlernt... ...und sorry, wenn ich mich... ...und um alle Stelle irgendwie... ...so... ...ich wollte gerade diesen Stein hochheben... ... obwohl das gar nicht geht... ...ha... ...okay... ...ähm... ...geld... ...ist auch nicht schlecht... ...müssten auch mal wieder... ...mal wieder gucken, ob es irgendwo... ...ähm... ...ob es irgendwann mal wieder... ...bei dem komischen Spiel... ...irgendwas tolles gibt... ...zu kriegen... ...so... ...heb ich hier richtig... ...ich weiß es nicht... ...ich glaube schon... ...vielleicht... ...ja doch... ...ich glaube schon... ...so... ...mhm... ...mhm... ...ah ja, genau... ...her konnten wir ja nicht schwimmen... ...und... ...ich will nicht nach unten fallen... ...was ist da oben... ...war ich da oben schon? ...denke mal nicht... ...uhu... ...okay... ...schön, dass er mich... ...ignoriert... ...guck, wir sind auf dem Berg... ...jetzt fehlt nur noch so ein Teleporter... ...um... ...hau... ...oh... ...oh... ...das ist ein Schwäßigen doch... ...das haben wir ja schon mal gesehen... ...also wird das vielleicht erst später... ...irgendwie wichtig... ...lecker... ...da... ...meins! ... ...okay, hallo... ...hello... ...Izi, hallo... ...Wiederstellbesitzer... ...heutzutage ist es... ...mit den Hühnern nichts mehr... ...nichts mehr los... ...früher flogen und flatterten sie... ...es war... ...eine Freude... ...und jetzt... ...kein Kampfgeist mehr... ...kakakakakakak... ...okay... ...ich dachte man kann mit dem Fliegen... ...haha... ...so... ...aber eigentlich habe ich das Gefühl... ...ich bin hier schon viel zu... ...weit... ...wenn wir irgendwo woanders hinkommen... ...hinkommen... ...hinkommen... ...aber egal... ...nach erstmal hier... ...die Comics Tour... ...heh... ...oh... ...das geht ja voll... ...voll weit... ...ok... ...huch... ...na gut... ...wenn wir schon hier sind... ...hier war ja irgendwo... ...das Herz... ...teil... ...ich habe schon ein paar... ...ausgewählt... ...stopp... ...nein... 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 ...und hier... ...ik... ...was gibt es hier... ...hier... ...huch... ...ich habe vergessen... ...jemand die besiegt... ...ah... ...so... Nichts passiert. Ja, perfekt. Oh, wir haben ein nice Herz. Es fehlen nur noch fünf. Cool. Das ist gar nicht mal so viel. Warte. Da scheint nichts mehr zum Bomben zu sein. Will ich da runter springen? Eigentlich nicht. Okay, was geht hier ab? Ups. Ich lasse diese Gangsteine, die sind so unberechenbar, man kann ja nie immer ausweichen. Das ist einfach unmöglich. Oh Gott. Du. Hier. Ja. Okay, aber wir sind auf jeden Fall in einem anderen Gebiet jetzt plötzlich. Oh, wir fehlen uns. Ich will einen Teleporter. Da bin ich glücklich. Geld. Geld. Geldwicho. Mensch, den Kackt. Sorry. Aha. Bombe. Okay. Ich guck mal zur Sicherheit. Wer weiß. Hm. Das ist alles sehr... Oh. Ah. Eigentlich kann ich einfach durchrennen. Ohne Probleme. Also warum stelle ich mich so an? Oh. 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 Ich glaube, ich brauche einen Umhang, oder? Gibt es hier einen Umhang? Den Umhang, der einen unsichtbar macht? Oder ein Eispfeil. Aber ich... Ich glaube eher ein Umhang. Das passt mir zu der... Oh oh. Ah. Nein, 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 nein. Mann. Hier ist jetzt ein Herzteil, toll, aber... Muss ich jetzt wieder runterspringen und komplett den ganzen Weg gehen? Ja, ja. Ich kann nicht mal hier durch. Aber kann ich das wegbauen, ja, ne? Nee, kann ich nicht. Oh. Boah. Das ist ja echt ätzend. Toll. Oh, hier ist ein... Warte, das kennen wir doch. Also, wir wissen doch, dass hier eins war. Wieso haben wir es denn geholt? Wo ist es? Ich weiß es nicht. Gucken wir jetzt erstmal, wo das sein könnte. Hier oben war es ja auch nicht. Das haben wir doch mal geguckt, oder? Moment. Schau. Der hat mich richtig erwischt. Ist irgendwo hier unten. Hier haben wir auch schon mal geguckt. Hier. Hier. Was kann man denn noch machen? Oh. Ja, okay. Immerhin. Haben wir irgendwie was geschafft. Ist doch schön. Okay. Oh, shit. Gut. Dann gehen wir durch den Scheiß-Sumpf. Sumpf. Mit N. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah, Hilfe. Hier ein Geschenk. Oh, hat dir nicht gefallen. Schade. So. Und wieder den Berg hinauf. Wir wissen schon mal... Ah Gott, schon wieder falsch. Ich werde die ganze Zeit rennen auf B, obwohl ich gar keinen Breath of the Wild spiele. Okay. Also nochmal. Ich werde dringend einen Teleporter. Bitte. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Ich weiß doch. Alter, der hat mich voll runtergeboxt. Gut. Und, tschüss. Diesmal weiß ich, dass hier zwei Türen sind. So. Dann gehe ich mal kurz hier rein. Das habe ich nämlich gerade eben ignoriert. Ich habe vergessen, was hier ist. Hier geht es auch hoch. Oh, ein Herz. Scheiße. Wie war ich? Ich glaube, das ist da, wo ich dann runtergesprungen bin. Hm. Ähm. Wer? 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 Garten. Ich glaube eher, dass das da oben ist. Da ist ja dieses Haus, wo wir eben waren. Hm. Man, das bei uns. Ich weiß nicht. Da war ich aber schon wieder da. Das vibriert hier ziemlich stark. Wahrscheinlich in dem Loch da, oder? Da darf ich mir irgendwie auch nichts machen. gehen. Das haben wir auch bei dem einen Teleporter da. Okay. Gehen wir wieder zurück. Hier ist nichts mehr für uns. Da ja. Ah! Ah! Ja, ich nehme mich mit. Danke. Okay. Dann können wir wieder hoch. Kommen wir bisher in irgendeinem Wasserfall? Also nur nachdem er weg war. Ja, der. Der da. Hm. So. Was ist hier? Tut mir leid, dass ich alles vergessen habe. Aber ihr habt es vielleicht auch vergessen. Okay. Nächsten Ausgang und Eingang. Wo es wieder hoch geht. Okay. Ich gehe erstmal hier die Ebene ab. Nein. Ah. Ich bin immer so unvorsichtig. Kein Wunder, dass ich schon dreimal gestorben bin. So. Hier bin ich untergefallen. Okay. Perfekt. Das heißt, wir können hier rein. Und da oben ist was cooles. Sehr schön. Okay. Nein. 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 Ich erkenne das gar nicht irgendwie. Meine Softbox blendet mich. Ich kann nicht sehen, ob da irgendwelche Risse sind. Also falls ja, tut mir leid. Na, das ist so ein... Ding. Okay, zurückkommt man nicht mehr. Toll. Gefällt mir nicht. Ähm, ist da ein Luftstrom nach oben? Nein, Winterpotter. Ja, endlich. Endlich. So, hier ist was zum Rommeln. Oh, hallo. Dankeschön. Kann ich mit dir reden? Dir geht's ja noch ganz gut. Ich verstehe das nicht. Wenn hier eh mal 100 Feen sind, man kann da raus rein, statt mit dir zu reden. Warum sollte man mit dir reden? So. Yay. Nehme mal diese Höhlen hier überall. Oh, 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 oh. Oh, oh. Nein. Ich hasse diese komischen Ränder. Die sind so asozial. Asozial. Ich glaube, sie ist auch asozial. Asozial, asozial. Okay, warte. Wie kann man die nochmal töten? Damit? Weiß ich nicht. Naja. Joa. Kann man auch machen. Okay. Jetzt bin ich happy. Oh. Von innen ist das gar nicht so edel aus. Oder so ein Gebäudemäßig. Oh. Okay. Adelsschlüssel. Was hat das wohl zu bedeuten? Oh, nee. Die wollen einfach arschen. Sieht ihr? Okay. Nee, falsch. Jetzt muss ich irgendwie wieder zurücklaufen. Ist ja auch kacke. Und vielleicht wäre es sogar schneller, wenn man einfach stirbt. Nein. Wenn man einfach sich teleportiert. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Kann ich überhaupt zurück? Ich hasse Höhlen. Äh, ich hasse die Berge. Ist das immer so uneindeutig? Scheiße ist das. Okay. Hier. Rein. Und dann gehen wir wieder ins Haus. Und dann gehen wir nach rechts. Und so hin den Schlüssel. Oder so. Was hier. Hier war. Ach ja. Da bin ich auch noch nicht herangegangen. Genau. Dann gehen wir halt erst hier hin. Genau. Und solche Wege vergisst man dann. Hä? Hier waren wir doch schon. Von unten offensichtlich. Alle Kisten offen. Hier waren wir doch schon, oder? Hä? Ah, okay. Da waren wir in der Höhle allgemein schon. Und ich. Oh, shit. Na gut. Das geht gar nicht. Ah, oh man. Ich habe mir, glaube ich, das einzige verbaut, was ich mir verbauen konnte. Tja. Dann waren wir schon auf jeden Fall in diesem langen Gang da. Nur, dass wir halt nicht schwimmen können. Hier. Gleich. Da. Halt. Hier. Ach, ich bin vergesslich. Aber egal. So haben wir ja auch auf jeden Fall alles abgegrast. Und haben Teleporter. Die nehmen wir wieder da hoch. Ne. Wenn wir nicht schwimmen konnten, könnten wir doch auch hier lang helfen. Ich weiß nicht. Au. So, da waren wir. Hier waren wir auch nicht. Ja. Okay. Hey, wir könnten uns vielleicht irgendwas abholen inzwischen. Oh, schau. Hör auf. Ah. Pönenpenner. Okay. Ähm. 32, ja, vielleicht. Okay. Wow, hat sich voll gelohnt. Das hat nicht mal fliegen gemacht. Also von daher war ich gar nicht geraumt. Okay, aber. Was soll ich mir das jetzt hier bringen? War ich da unten schon? Ja, war schon. Okay. Ich glaube, ich hätte hier schon früher hingekommt, oder? Ich weiß es nicht. Oh ja. Weil man kann hier nach rechts springen. Kann man gucken. Oh, da fehlt der Schlüssel. Hier, was willst du? Was habe ich eigentlich für eine Schuppe? Eine Schuppe, der nächste. Das Idee für das Ketten, äh, Finden der Kette. Okay. Du untersuchst das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Ja, wow. Waren hier nicht vier Hühner drin? Ursprünglich. Sorry. Okay. Ach, hier ist, ach, ich wollte sagen, hier ist noch was. Ja, ja, da drin. Aber hier habe ich auch noch nicht gegraben. Also wer weiß, vielleicht ist es doch noch verkranken. Lala. Ich denke, es ist in dem Loch da. Aber ich kann meine Herzen auch füllen. Ist doch schön. So, dann gehe ich wieder da lang. Ja. Okay. Da unten bin ich schon gewesen. Genau, hier bin ich ja einfach runtergesprungen. Und war ja sonst fertig. Schade. Schade, schade. Okay. Also ich war auf jeden Fall noch gar nicht... Doch, da war ich auch schon. Oder? Wie komme ich denn da hin? Hä, hier ist nicht... Die habe ich doch schon, also... Ach, warte mal. Ich gucke mal, ob ich die kriegen kann. Weil ich kann dann ja ein paar... Ich habe ja ein paar mehr Gegenstände wahrscheinlich als vorher. Warte. Das ist doch voll alt. Natürlich habe ich die schon... Da wollte ich kurz unterbrochen. Äh. An dieser Stelle wende ich einfach mal den Part, wenn wir schon so... Partlos rumrammen. Moment. So. So. Ich will erstmal wieder in die Luft. So. Okay. Also. Wir sind jetzt dann im nächsten Part und wir sind ja ein Stück weitergekommen. Sonst müssten wir wahrscheinlich den letzten Schlüssel suchen. Der uns dann hierhin bringen kann. Yeah. Können wir uns nochmal auf der Karte vielleicht anschauen, wo wir noch nicht waren. Und vielleicht alle Markierungen entfernen, die wir haben. Weil da unten... Ich weiß nicht mal mehr wofür. Aber okay. Alles klar. Ja. Wir sind's dann im nächsten Part. Tschüss.